So liebe Sportsfreunde, was für eine erste Halbzeit voller Spannung und Dramatik und während uns die Ersatzspieler hier warm machen, haben auch wir eine kleine Pauce verdient. Ex aus den USA eingeflogen mit ihrem neuen Nummer 1-Sitz, The Soccer's Mitch, Football in Your Head. Football in Your Head 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 You got football in your head You got football in your f***ing head ARD Text im Auftrag von Funk